der R-Roll. Jaaaa! Alter! Ach und hier das Vieh. Das Selbstsortattentäter. Und jetzt noch mal mal sehen. Vielleicht bin ich ja jetzt richtig geübt hier drinnen. Von wegen. Ich werde wahrscheinlich das wieder so so sehr vermasseln. Das gibt's gar nicht. Alter, wenn ich dann dran denke, was dann noch kommt, wo dann wirklich hier stand dann beim landskills gefragt sind so stand zählt das jetzt auch mal mit wie ich live fehler jep das war geplant so auf jeden fall jawohl Mistfurt naja das heißt ging so schnell ach man aber ne ach ey ach manno das sowas ärgert mich dann da krieg ich die Grätze bei sowas das ist ein Psychohorror und kein Jump'n'Run ach manno Leute die Folge wird dann wahrscheinlich Kletterspaß sowas heißt sowas heißt obwohl der Spaß sich dabei ehren Grenzen halt hoch Manu ich bin jetzt gerannt und der ist trotzdem runtergeknallt ach also dann wisst ihr ja ich will ich nicht zu lange langweilen ich versuche es jetzt nochmal ach ich hab jetzt hier eine Stunde lang herumprobiert und es wird einfach nicht ich weil sowas geb ich gerne zu ich kann es absolut nicht ich einen Versuch mach ich noch ansonsten ansonsten wenn du dann nur noch Akku hast dann macht so ein Spiel auch keinen Spaß mehr wenn der nicht wäre dann geht's das ist so ein Sprung mittlerweile schaffe ich den der ist eigentlich nicht schwierig und aber jetzt wird's schwierig ha geschafft und hier haben wir eine kleine Rabauke und das Fenster können wir nicht einsch schießen aber nein so und sieh an wir haben es geschafft jetzt müssen wir erstmal die Muffinspritze benutzen hmm jetzt müssen wir noch darüber kommen ey alter und das jetzt werde ich garantiert fehlen das weiß ich jetzt schon nein geschafft und jetzt bitte sei irgendwo dann ein Tonband so gut jetzt haben wir hier geschafft super und jetzt muss ich gucken dass ich nirgendwo ein Tonband übersehe weil ich hab keinen Bock das beim nächsten Mal nochmal zu machen wenn ich dann irgendwo da krippiere also wenn ich da die Sicherung rauszühe aber ich vermute da war kein Tonband ne r-rollig na gut ich guck mich nochmal genau ums Handy brauche ich ja gerade nicht vielleicht ist im Bus ein Tonband ich wette hier muss eigentlich ach hier das habe ich übersehen huuuh okay dann brauche ich mich jetzt nicht aufregen dann kann es ja weitergehen im Bus hole ich mir jetzt noch die Muni und kann ich hier hinten raus stopp drücken ne kann ich nicht na dann rein in den Laden hier ich weiß ja was geschieht oh Gott der Schraubendreher lag ja auf dem leerer Pult sag ich mal und ich lasse dann die VP und jetzt dann unbedingt das Handy anlassen Inventory voll die VP 70 die Dropmore und jetzt äh warum bin ich jetzt hier nochmal rein doof hä jetzt bin ich draußen ich habe doch nur einmal E und nicht zweimal gedrückt so Moment ähm auch wenn das jetzt vielleicht Muni Verschwendung ist aber es wird gleich das Licht ausgehen und die werden auf mich einstürmen ach das war nur der eine hier mehr war es nicht jetzt habe ich die Sicherung jetzt muss ich wieder das ganze Stück zurück ach du Schande okay und jetzt werden sie natürlich kommen halt äh alter so das hätte doch sonst nie funktioniert und ich muss dann noch meinen vp 70 wiederholen nee äh ja die muss ich eigentlich hier lassen weil ich hab doch meine running da auch scheiße was leh was bist denn du für ein Viech alter was du einsteckst nee halt ich muss hier hin da ne ach nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Die Sniper. Classroom Key. Alter, seid ihr hier, äh, ich muss mal, nein, boah, Licht aus, aber ich muss nachladen, was, was seid, was seid ihr hier für Kinder, wo, wo war die zugeschlossen? Hier war der, nee, door war ein Quatsch, welcher war denn dann der zugeschlossen, der hier, ne, nee, ach, alter, das door is locked. Was gibt's hier drinnen, warum soll ich hier rein, was haben wir denn hier noch Schönes? Play Classroom Key. Fire Exit. Alter, und die Musik. So, ja, und wo ist der Fire Exit? Oh mein Gott. Jetzt ist Ruhe. Ich vermute mal, dass ich jetzt hier vorne auch nicht mehr rauskomme, sonst hätte ich ja den Fire Exit Key nicht benötigt. Ja. Okay, dann benutze ich noch den Fire Exit Key und dann nehme ich die Sniper wieder. Aber wo muss ich da lang? Hier ist nix weiter. Hm. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal Ruhe. Das ist schon mal sehr gut. Aber wo ist der Fire Exit? Da. Einfach den grünen Schildern lang. Ach, da, 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 das ist der Fire Exit. Jetzt hol ich mir noch mal den Sniper wieder. Ach, Mann, warum will ich immer da lang? Mist, dass ich die VP-70 hier liegen lassen muss. Und es regnet. Okay. Es wird noch einmal gespeichert. Uh. Die Musik klingt überhaupt nicht gut. Und wo muss ich jetzt zurück? I.I. Traffic. Hier muss ich dann, vermute ich, zurück. Durch die ganzen Häuser nochmal durch. Oh, du Schande. Ne, kann ich jetzt hier runterspringen? Oder bin gerade etwas. Ne, äh, das... Wenn ich dann meine VP-70 nochmal wieder haben will. Äh. Ne, das muss auch noch irgendwo anders gehen. Wenn ich dann immer über... das... das... ...Regal muss. Ne. Äh, Regal. Immer da die Leiter lang. Und dann wartet ja auch der schöne... so auf mich. Hm. Hm. Da muss ich mich doch jetzt mal... ein kleines Augenblick... kundig machen. Beziehungsweise... mache mich kundig. Und wir haben hier ja gespeichert. Wir sehen uns dann... in der nächsten Aufnahme. Puh. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Cry of fear. Schrei der Angst. Schrei der Angst.